Hallo, ich bin Peter Mann, auch bekannter als Staubsaugerficker. Ich setze mich dafür ein, dass Staubsaugerficken gesellschaftsfähig wird. Deshalb wählt am 26.09. die Staubsaugerfickerpartei, damit ich Staubsaugerbundeskanzler werden kann. Eure Stimme zählt und mein Staubsauger saugt mit Ökostrom und ich setze mich für Toleranz und Staubsaugerficken für alle ein. Vielen Dank!